Du hast in der Akquise Gleichstand, in der Angebotsphase unentschieden und der Kunde überlegt, bei welchem Anbieter er kauft, ob er überhaupt bei dir kauft und jetzt spielt doch eine einfache Karte, eine einfache Karte mit einer großen Wirkung. Sag deinem Kunden in dem Gespräch in der Situation? Kaufen sie bei mir. Den Unterschied zwischen allen Anbietern bin ich. Was sie bei meinem Angebot noch zusätzlich bekommen, das bin ich. Meine Loyalität, meinen Service, meine Beratung, mein Know-how, meine Erfahrung. Kaufen sie bei mir. Wenn sie sich fragen, wo ist der Unterschied zwischen den Angeboten, dann sag ihm, der Unterschied, das bin ich. Sie kaufen bei mir und ich mache für sie den Unterschied. Punkt. Zerrede das nicht. Quatsch den Kunden nicht voll. Bring eine dieser Aussagen und dann halt den Mund. Warte die Reaktion ab. Es funktioniert. Probier es aus. Es funktioniert. Fette Beute.